Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Global Nature Fund. Wie man sieht, bin ich noch hier in Radoff Zell im Büro an meinem Arbeitsplatz. Fast alle unsere Mitarbeitenden arbeiten im Homeoffice. Das tun wir einerseits, um natürlich die Menschen vor Ansteckung zu schützen, aber auch um unseren Beitrag zu leisten, der Ausbreitung der Pandemie entgegenzuwirken. Was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Global Nature Fund leisten, auch im Homeoffice, ist ganz beachtlich und beeindruckend. Wir stehen mit allen Partnern in unseren vielen Projekten in Kontakt, in Asien, in Afrika, in Lateinamerika. Und was die Partner zurückmelden, ist nicht überraschend, dass es natürlich nicht einfacher geworden ist, diese Projekte umzusetzen. Wir erwarten auch, dass wir auch für unsere Arbeit in diesem Jahr in gewisse finanzielle Herausforderungen hineinrutschen werden. Das heißt, wir haben weniger Geld zur Verfügung, diese wichtigen Projekte umzusetzen. Einerseits habe ich natürlich viel Verständnis, wenn Spender, Unternehmen, Stiftungen uns diese Rückmeldung geben, dass sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren müssen. Auf der anderen Seite blutet uns natürlich das Herz, wenn wir sehen, dass in so vielen Projekten, gerade in Entwicklungsländern, wo die Menschen so sehr auf diese Projekte angewiesen sind, dass wir hier Abstriche machen müssen oder vielleicht sogar Projekte einstellen. Und deswegen wende ich mich an Sie, die Unterstützer und Förderer des Global Nature Fund, die, die unsere Arbeit wertschätzen. Solidarität und Unterstützung ist in diesen Zeiten wichtiger denn je. Halten Sie uns weiter die Treue, unterstützen Sie unsere Arbeit. Wir sind Ihnen dafür sehr, sehr dankbar und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Vielen Dank.